Ja, willkommen zurück zu Banishers, dem sechsten Teil. Wir haben gerade die Schwester von Kate geopfert, Fickskin, weil sie für die Falle der Zivilisten bzw. der Siedler verantwortlich war. Und ja, Kate ist abgehauen, als sie ihre Deborah gesehen hat. Können wir hier ein Ritual machen? Ich glaube nicht. Ah nein, wir haben hier schon ein Ritual gemacht. Und ja, dann gucken wir mal, was Kate so zu sagen hat. Da war ein bisschen, ja, keine Überzeugung drin. Gut, schauen wir uns mal die Karte an. Die Reise fortsetzen. Ach, okay, mit der Bestie ist es noch nicht fertig. Vielleicht bezüglich Kate. Wir werden sehen. Äh, okay, wir müssen, woher müssen wir? Hm, hier hoch komme ich ja wahrscheinlich nicht. Ach, hier, ich sehe es. Hier kann ich durch. Ähm, bin ich überhaupt richtig? Nee, ich laufe wieder zurück. Schade. Ah, okay. Da gegenüber kann ich auch hoch. Ich weiß, wie er bei uns das verrückt. Passt euch auf, wie er es neugierde. Ich kann mich nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr. Bis dahin, da sind ja sehr, sehr. Da sind ja nicht mehr看看. Och ich habe es. Was sind ja nicht mehr sehen? Es ist ja nicht mehr. Ja, da sind ja nicht mehr. Ja, da sind ja nicht mehr. Look at that. It's beautiful. No, look at it. Wow. Okay, ich glaube, da bandt sich was zusammen. Ist es New Eden Town? New Eden Town, wo wir waren? Ich glaube, ja. Da hinten ist eine Kapelle. Und zu der Hölle der Tod gehen wir. Hm, gut. Aber, keine Ahnung. Könnte natürlich New Eden Town sein. Ich weiß es nicht. Ähm, Alt kann hier wahrscheinlich nichts machen, oder? Muss ich dann nicht zuerst in, ähm, ein Lager errichten? Gucken wir mal. Ah, ne, ich kann hier nun hinspringen. Okay. Ähm, gut. The Scourge troubles me. It's gone. The curse is lifted. The curse remains. The beast was born of it. The Scourge made in equal measure from the treachery of the Newsmith Sisters. Worse, though shaped by Thick Skin's betrayal, it was driven by Cates. Remember what Charles said? A nightmare is the ghost of one who is terribly wronged. This nightmare's cold fury goes far beyond the Newsmith Sisters. It cursed New Eden as a whole. I wonder what they did to earn such hate. Ja, das stimmt. I wonder. Oh, okay. So, interessant, dass es in allen Höhlen hier Feuer gibt, ohne Versorgung. Die Veränderungen sind nicht geblieben, die Veränderungen sind geblieben, die Veränderungen sind in der Betriebe, die vielleicht ein Sacrifice gegründet hat. Ich werde mein Wort behalten. Wir wählen zusammen. Ich weiß, dass wir das gemacht haben. Ich weiß, dass du das machen kannst. Nebenbei, wer meinen letzten Stream gesehen hat und sich jetzt wundert, wieso auf Hammer einiges hier heller ist und man viele Sachen auch im Schatten erkennt. Ich habe die Gamma-Einstellung ein bisschen erhöht, einfach aus dem Grund, weil ich sonst gar nichts erkannt habe. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, deswegen wurde es ein bisschen angepasst, aber ich denke, es schadet nicht. Jo, wohin müssen wir eigentlich? Hier, in dieses Ding hier. Geisel? Nein. Aha. Hier ist eine Lagerstätte. Ja, wieso ich das jetzt eben frage, weil oben die Anzeige hat sich auf 2000 Meter erhoben. Aber ich sehe gerade, sie geht zurück, also vielleicht musste das so sein. Reinforcements! So, wo ist das hier? Ja! Ach, da oben. Ja, man sollte auch treffen. Ist das Red mit dieser dreckigen Lache? Ist ja schon geil. Das ist eine Farbe. Ich dachte, da sitzt gerade jemand. Wacker rauf, Kroos. Ich liebe, wie du Tiere liebst. Kroos, du kannst. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann wieder zurück. Ja, geh mir mal aus dem Sichtfeld, danke. Okay. Feindliche spähe. Feindliche Spähe im Süden gesichtet mehrere Angriffe im Laufe des Tages. Ja. Scheinbar von irgendeinem Wachmann oder so. Aber hier hat es erst kürzlich gebrannt, oder? Oh, da liegt ein Zettel. Aha, Diane, ich sitze mächtig in der Tinte. Ironside hat mich erwischt, wie ich im Dienst geschlafen habe. Es bestand zwar nie eine Gefahr, aber ich werde trotzdem bestraft. Aus Angst vor neuen Angriffen können wir die Toten nicht begraben. Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich sie. Dort liegen sie, wo sie gefallen sind, wie schlafende Geister, die im Nebel treiben. Alles ist still und ich habe Angst. Einen Augenblick lang, bitte lach nicht, hätte ich schwören können, dass einer der Leichname sich erhob und umher schlürfte. Ich bin so müde. Meine Nerven liegen blank und es war der größte Fehler meines Lebens, hierher zu kommen. Ich warte auf meine Wachablösung, aber es kommt niemand. Aus Angst davor, von dem Falschen gehört zu werden, wage ich es nicht, um fortzurufen. Was ist zum, ah, zum fortzurufen. Aha. Ich habe immer noch keine Ahnung, was bedeutet zum fortzurufen. Gut. Also gehen wir weiter. Aber ich finde es interessant, dass ich auf der Karte hier nichts denke. Ach doch, jetzt kann ich doch was sehen, okay. Rast dem Unterschlupf, war das gerade der Unterschlupf? Die Tür ist immer noch zu. Können wir da nicht irgendwas machen? Wir haben da ja hier ein Krett kaputt gemacht. Aber scheinbar bringt das nichts. Gut, und wenn wir von oben runter gehen, kommen wir auf die andere Seite. Ich gehe da nochmal hin. Vielleicht kann ich ja auch irgendwas abschießen oder so. Okay, da unten ist, könnte ich ein Lagerfeuer machen, habe ich gerade gesehen. Hm. Ah, vielleicht kann ich hier einfach drauf schießen. Ah, Tatsache. Gut, dann gehen wir uns ausruhen. Do you need a moment to rest? I'd rather keep going to New Eden, but I probably need a breather. Gut, dann gehen wir uns aus. Tut mir, dann gehen wir uns aus. Sie denken, so are you, any of your thoughts, I was thinking of Kate, of her horror when she saw the ghost, of her pain when she lost her sister, she was desolate and yet relieved and terrified, I can't shake the picture. Kate had had the courage to love a woman, but betrayed her. She must have meant this Deborah, whoever this ghost is, her resentments extend beyond the newsmiths, may her wounds heal well. Sisterhood can be complicated. Kein großer Familienfreund und du wirst eines Tages eine Schwester sein. Keine Ahnung, ich nehme einfach mal das Zweite. When all this is over, you can go home and get to know the Duarte Twins. Get to know your sister. I knew a sister. Like Kate. I lost her. What happened? When I was very young, I had a friend. She was my chosen sister and very dear to me. I opened my heart. It was a mistake. I played with fire and was burned. I'm sorry. It was a long time ago. I have a new family now. I have found the love of my life. Zeig mir, wo der Bastard ist. Ja, ich glaube, das macht Sinn, so ein bisschen herumspielen. Did you? Show me the Bastard. You idiot. Rest now. I have the watch. I'll sit by your bedside until I can hold you once again. Gut. Wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Und hier unten haben wir noch gar nichts. Schwachpunkttreffen mit dem Gewehr verringern die Abklingzeit von Manifestationen um 25%. Oder wenn ein Gegner mit Spektral-Explosion besiegt wird, hinterlässt die seinen Wirkungsbereich der Spektral-Schaden verursacht. Was ist eine Spektral-Explosion? Das muss ich mal ganz schnell herausfinden. Ah, okay, das habe ich nicht. Warum ist das hier alles gesperrt? Oder? Ist es gesperrt? Ah, nein. Ups, jetzt habe ich irgendwas genommen. Wenn die Geisteranzeige voll ist, verringert Reds Angriffe die Abklingzeiten von Manifestationen und... Was war das? Wenn das Gewehr bei voller Bannanzeige abgefeuert wird, Versuch... Das finde ich sogar noch besser. Wenn Red einen Gegner besiegt, werden zehn Lebenspunkte wiederhergestellt. Wenn ein Gegner von Anthea getroffen wird, wird das gefährdet. Nein, ich finde das hier besser. Okay, beim Inventar gibt es auch, oh was, vier Upgrades verfügbar, okay. Gucken wir uns mal zuerst die Kleidung an. Ja, das ist doch noch so. Oh, ich merke gerade. Zweite Luft, Säbel und Feuerbahn. Hier ist auch Säbel und Feuerbahn. Ja, aber das ist Stärke eigentlich. Nehmen wir dann lieber das hier. Gut, was gibt es noch? Beim Bannring gibt es noch etwas. Oh. Okay, ja, wir werden jetzt mal alles hier mal updaten. Mal gucken, welcher Bannring der bessere ist. Oh, ja, ja. Der hier ist deutlich besser. Okay, dann weiter. Oh, Entschuldigung. Guten Morgen zu dir, auch. Aber hier ist doch noch ein Brief, den will ich lesen. Militärische Disziplinarmaßnahmen. Soldat Arthur Ashtone. Wegen Vernachlässigung seiner militärischen Pflichten und weil er seine Waffenbrüder während ihres Schlafes in schwere Gefahr gebracht hat, wird sein gesamter Urlaub ausgesetzt und sein Wachdienst auf drei Tage verlängert. Auf Befehl von Colonel James Ironside. Joa. Okay. Ach, du bist draußen? Okay. Ach, da. Drücke oder halte er zwar, um physische Objekte zu zerstören oder Gänge freizumachen. Das war diese Spektralexplosion. Okay, irgendwas muss hier sein. Also, Anthea kann hier irgendwas machen. Die Frage ist noch was und wo. Ja, es muss hier irgendwo sein. Ach, da oben. Okay. Das kann ich bestimmt mit dieser Spektralexplosion kaputt machen. So, R2. Oh, geil. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ja. Ja. Drücke R2, wenn Anthea aktiv ist, um Spektral-Explosionen im Kampf zu verwenden. Halte R2 gedrückt, um beim Auslösen mehr Schaden zu verursachen. Das sind ganz viele Irrlichter. Die Schaden zu verursachen. Das ist ein paar. Die Schaden zu verursachen. Die Schaden zu verursachen. Die Schaden zu verursachen. Das ist ein Schaden. Oh, das ist Nebel. So, you dislike crows? Winged carrion eaters. They always bring despair. Maybe they just follow it. Was kann Anteo hier machen? So leuchtet es bei ihr. Who's that? Yes. Something's here. Hmm. Who knows what lurks in this thing. Let me guide us. Something's here. Hidden. No. Still can't see a damn thing. I'll lend you my eyes if you like. Ah, here. Arrows. Local tribes. What the invaders left of them. Could you knock that gate down? There is no way I'm breaking this. Let's bind something else then. Gut. Ich glaub, dann müssen wir wieder unten drunter krabbeln, wo wir gerade waren. There is foul and foul is fair. There is a lot of fog down there. Follow my lead. Follow my lead. So viele ressourcen. Hmmmm…. Okay. Okay, da kann ich nicht durchlaufen. Scheinbar wegen dem Wasser. Aber hier, oder? Ah, haa… Auch nicht. Okay, ne. Da müssen wir zurück. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Ah ok, ich muss zuerst den Nebel entfernen. Oh. Ach, Moment. Kann ich hier nicht einfach etwas kaputt schießen? Nee. Ach, hier, oder? Ja, wieso nicht? Dann ist er wenigstens safe und wir können hierher reisen. Ähm, nee, die Tür ist noch nicht offen, aber hier ist was, sehe ich gerade. Das kann ich abschießen. Ah, jetzt, das Tor ist offen. Sehr gut. Hey, more fun. Are we Highland Kiss for you? Oh, da sind aber viele Zeichen an den Wänden. Trouble ahead. Mind me not to make you angry. Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. You can just sense it? It's hidden, even for me, but I can hear its dark will, like a curse or a spell. A curse or a spell, eh? Maybe Seeker could help us with this. Was? Diese eine Rabe war... ...gehighlighted. Aber anders als die anderen. Shall we? I'll kill them! And shine the Zeeker! Witch! I'll take the red! And take the blood! I'll take the blood! Piss up! Oha, sie hat's ja doch allein geschafft. Die ganze Mühe, voll umsonst. Ah, the banisher, who died for her novice. Ah, the witch's novice. Ho there, Antaea. Are you not surprised to see me? You're a little early, but... No. Not surprised. On my return, Ceridian told me our poor wee banisher would turn up haunted. A haunted banisher. Well, it is funny, isn't it? What was that thing you fought? Thing? Oh, him. His ability nuisance is what he is. Are you badly hurt? I've tangled with old Mossad before. Couple of minutes to myself and I'll be fine. Ceridian knew about Antaea's ghost. Obviously. Not very bright, is he? If she knew Antaea was around, why did she not tell you to tell me? Ceridian withheld that information from both of us for a good reason. Better trust her plan. Death is a part of life, banisher. You know this better than most. I suppose she didn't want to break your heart... again. You tended to him. Thank you. I'm a good novice. I do what I'm told. You look like you need a moment. Can we help? I thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem? The hem. Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah. The veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, banisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old moss head won't have gone far. I'll sit down now. Good luck. Have fun. Have fun. Good, 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 good. What was that? Entzünde die Geisterjäger. What are we doing? Oh, what's that here? So. How do we do this? We light the spirit chasers with flint and steel. I guess. I think. Was is das? Ah, ein Voodoo Ding. Okay, so eine Voodoo Puppe. Oh, da hängt einer. Bisschen relaxen. Bisschen relaxen. Oder? Ne, da. Die 20er. Muss ich etwa... Oh, oh! Interferer! Heroes! I feel like a bloody target practice. I feel like a bloody target practice. I feel like a bloody target practice. The Veil shields this one. The Veil shields this one. There. Our first spirit chaser. The Veil shields this one. Wo? You'll be next! Vielleicht doch da oben? He really doesn't like these things. The Veil shields. Something's here. Hidden. Hmm. Dann lassen wir uns doch mal in die Garte hier reinschauen. Also. Dahin gehen wir jetzt mal. What is lurking here? Time to work, Banisher. Something's concealed. Aha. Sieben Tote, fünf Verletzte. Der Sieg hat einen hohen Preis gekostet. Wir sind schwach und es fehlen Vorräte. Wir brauchen mehr, sonst wird es verloren. Wir werden krank. Eine geheimnisvolle Krankheit befällt das fort. Eiterbeuteln wachsen und die Männer fiebern. Wir verrotten mit dem verrotteten Land. Rottenden Land. Das fort ist verloren. Wir werden uns zurückziehen. Marschieren zur Küste nach New Eden Town. Und dann seltsam allein mit den Leichen der Gefallenen und dem Zerstörten fort zu sein. Vor zwei Tagen wurde ich krank und ich bin zu schwach zu marschieren. Ich verrotte gemeinsam mit dem Land in Frieden. Die Stille ist wunderschön. Ja, da hat sich jemand scheinbar mit seinem Ableben abgefunden. Wo zum Teufel ist das? Also dieser Geisterjäger. Ja, ist das hier irgendwo in der Nähe? Irgendwo. Vielleicht irgendwo da unten, aber halt auf der linken Seite oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde dich auch holen. Ich werde dich auch holen. Ich werde dich auch holen. Ah, das haben wir doch schon einmal gesehen. Vielleicht kann ich ja auch hier ebenfalls diese Attacke machen. Wir schauen. Ne, dafür fehlt uns die Fertigkeit. Da sind andere, die wir brauchen. Oh, aber damit können wir den Nebel kaputt machen. In diesem Teil ist das hier ein Schwachstum. Ah! 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, ja. Ja. Gut, wir laufen jetzt hier her und dann müsste es aus unserer Sicht glaube ich die rechte Richtung sein. Hier so rechts. So, jetzt laufen wir hier durch. Hier klettern wir hoch und dann müssten wir irgendwie hier her kommen. Aber hier führt glaube ich nur ein Weg und das wäre von unserer Seite aus rechts. So, und jetzt sind wir hier hoch. Was können wir jetzt machen? Es gibt hier nur einen Weg. Ähm, ich glaube aber da kommen wir gar nicht hoch. Time is on my side. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja. 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 Wir müssen die Spirit Chasers. Was passiert wenn wir... Specter shit. Und lots of it. Ja. Ah. Das reicht doch. Also irgendwas ist da oben und die ich übersehe ist. Mann, das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Was denn ist da glaube ich wieder der Rabe, den habe ich gerade oben sitzen sehen, der so gehighlighted ist. Und da oben, seht ihr den? Halt den mal ab. Was übersehe ich hier? Oh, geht nicht. Hm. Das ist echt schlimm, ich verstehe jetzt nicht. Ich versuche mal einen anderen Weg zu laufen. Ich glaube das war der hier. Ja, in die Richtung. Ich glaube das ist nicht so schlimm. Ich muss das weg sein. Ich habe das weg. Ich weiß nicht so schlimm. 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 Ja, ich muss noch ein bisschen weiterlaufen und dann auf die rechte Seite hier. Ich werde dir zu bekommen. Oh je, das waren die armen Indianer. Hier ist auch eine Kiste. Und sie ist verschlossen. Da ist wieder dieser Rabe. So, jetzt bin ich in irgendeinem anderen Bereich gelandet. Und hier sehe ich ja, sollte auch was sein. Gehe ich mal in diese Richtung. Und gibt es hier einen? Gibt es hier einen? Oh! 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 Nein, 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 komm her. Change targets. Tormented first. Ja, basta! Ach, das sind seine Krien. Hier gibt es irgendwas. Was ist das hier? Nein, ich glaube nicht. Ah, hier. Ich glaube, wir können hier immer noch nichts machen, weil uns fehlt ja irgendetwas, um damit zu interagieren. Dann komme ich wieder runter. Okay, aber sie schaut da auf irgendwas. Gut, aber wie komme ich jetzt da hin? Ich könnte hier so außen rumlaufen. Ja, das mache ich mal. Ne, hier geht es nicht weiter. Ja, das mache ich mal. Eine letzte Spiritschaser. Da, in der Quickmist. Wo sonst wäre es? Bastard Fog. Ich kann nur sehen, was ich in das. Ich bin auf etwas Spectrum, neben mir. oh These buggers again Think you could take on a ghost I Blasted pest That thing seeker was fighting Who do you think he was he looked like a soldier? Maybe this was his Is that them all don't count on it that one next that one next Oh This should be enough yeah Witchcraft is easy. I don't know what the fuss is about. I'm sure your witch friend would agree. I think I'll just tell her we're done What wasp growled up that speckled grass is stunning angry A lost battle? A betrayal? Cowardies in the ranks? Who knows? Meine Freunde und Kameraden liegen um mich herum. Sie sind alle tot. Die stille Kälte umgibt mich. Ich starre auf das Wasser und denke an zu Hause. Wir waren eins so prächtig. Jetzt sind wir Futter für die Aasfresser. Wir hätten nie zu diesen verdammten fortkommen sollen. Ja okay klingt vernünftig aber zu spät Seekers vanished. She does that. She's over there. Wo? Äh wo? Äh wo? Falsche Richtung. Beziehungsweise richtige Richtung aber falscher Weg. bought Parasite Look at the Gagegarde interviewed Did I see you talking to a cruel just now? Yes and no All ready to go then? Good, she's waiting for ya A witcher's always this obtuse. A banisher's always this ignorant. Come on. We're taking a boat. It'll be fun. No, we're going to New Eden. The nightmare's grip on the world is too strong. The fog is too thick. You cannot enter its stronghold. There's no way back to the meeting house. Not yet. And not without help. We've done fine on our own so far. You're dead. Maybe you're not doing quite as well as you think. You're blunt, but I take your point. We'll talk to Ceridian before we move on. That's better. Follow me. Careful. Don't rot the boat. Have we far to go? How far is far? Don't worry. You'll be safe. Safe? The Maya is home to many angry spirits. But my mistress keeps them quiet. Dead quiet. That specter you fought, looked like a harvester. Banishes and their labels. You'll surely be back. So will I. The veil seems thinner here. Always has been. We call them the Maya Marshes. But the nearby tribes call it the Ill Mouth. Stay too long. You'd get sick. Is that why Ceridian's wards wane faster than they should? That is because she's dying. I'm sorry. Life's a journey. Death is but one step. This is almost as lovely as that ride through Hidengraht. All we're missing is the hailstones and the rush at our heels. I'm sure we can arrange something. You do plan the best escapes. What a mess. What happened here? Men happened. War happened. A soul soul. What does he want? Destruction. Bloodshed. Ceridian's head on a plate. They must have known each other once. We could help you banish him. You banishers are so arrogant. He's Ceridian's business. Best we don't interfere. What can you tell us about your mentor? I could tell you quite a lot. But I'm not going to. She's a very old witch who's tended this very big garden for a very long time. That's it? Believe me. That's more than enough. You're young. You're dead. I meant your essence is strong for one your age. How did you come to be here? How did you come to waste your potential by being a banisher? Do you believe I'd make a better witch? Yes, I do. You'd be doing yourself, and me, a favour. Welcome to Ceridian's Island. There is much power here. Oh, you noticed that, did you? Like I say. Welcome to Ceridian's Island. Would you help me out or do anything to do with your head? Come on. Good. Come here. Come on. Come on. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. She's at home, Anne expecting you. Follow the path until you find a black pond near ancient ruins. I'll see you there soon enough. How does she do that? It's a trick, right? There's more to that one than tricks. The girl is gifted. Ja, auch sie hat Jumperfähigkeiten. What is this? Banisher rule number three. Remember Whizbeach Bog? Aye. I'll not poke this thing with a stick. I don't know how to chop it there. Ah, hier. Ich glaube, wir haben ein paar Fertigkeitspunkte. Kann man uns gleich mal anschauen, wenn wir uns ausruhen. Ja, ein Fertigkeitspunkt haben wir. Es geht hier ab, wenn ein Gegner von Antea getroffen wird, wird das Gewehr sofort nachgeladen. Nein. Ah, ich nehme das. Ach so, Moment, das geht nicht. Das kann ich wahrscheinlich nur hier unten auswählen. Okay, wobei... Momentchen mal. Ich kann auch hin und her switchen. Aber ich glaube, das sieht alles soweit gut aus, oder? Kann ich hier nicht noch einen nehmen? Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff besiegt wird, erleidest du durch den nächsten Angriff 90% weniger Schaden. Mal gucken. Ah ja, Tatsache. Sehr gut. Und beim Inventar gibt es noch was? Okay, dann ruhen wir uns kurz mal aus. Gut, dann suchen wir mal Schiridien. Ich habe vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor einiger Zeit, Horizon West gespielt. Ähm, und da gibt es eine Stadt, die heißt Meridian, und das erinnert mich die ganze Zeit gerade, wenn ich Schiridien höre. Ah nein, da fehlt uns etwas, um da durchzukommen. Okay, hier hört erstmal die Reise auf, wir gehen den Weg hier. Schwarzer Sumpf. Anthea? Ähm, ah, hier. Nein, das ist nicht wahr. Ein ganzes Kenntnis. Das ist nicht so, was er. Das ist nicht so, was er. Aber das ist nicht so, was er. Das ist nicht so, was er. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Rhett McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. I... thank you. But now, you're here together. And I'm glad. Because you'll only be able to end this together. Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here. But they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya Marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the Hem is thin and frail. And the Maya rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the Hem. We must reclaim Antaea's body. But Seeker tells us the Meeting House can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. The nightmare makes the fog, you mean? The fog is the nightmare. The nightmare is the fog. Each grows the other as their influence strengthens. It taints everyone all through New Eden. It clouds their minds and distorts their vision. But you have already cleared the dark woods. The work has begun. It must continue. Who are you, exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. Ceridian. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Ceridian. Little Seeker, he said. Cerahin, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or, at least, a form of it that fits my tongue. Ceridian fits me well, I think. You brought us here. Why? You have many questions. And I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon, I'll be one with the trees. Root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest, dearest. The path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender. Unconditionally. To each other. When you died, dear Antaea, New Eden crumbled. But some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The Void. A dreadful place beneath both the Incarnate and the Invisible. When you have learned to walk the Void, you may use it to enter the Nightmare's Den. First, you must free the people of New Eden from her grip. What is this Void? If there's a place beneath the Incarnate and the Invisible, this is the first I've heard of it. Now you have. And not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns. But you won't find safety. In the Void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the Void is breached. Follow the beacons, do not stray, and all will be well. Our Seeker crafted you a Tuning Key. With it, you may open the Breach. Don't linger. Time is fickle. The Nightmare in the Meeting House was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving Wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman. A victim of the basest of human fears. We know the beast was linked to the Nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the Nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are they, exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The Nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws. And feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have and I always will. Good. What have we here? We have here also again a Ausrüstung. And we have here another Salomons Anstecknadel. Why has my Geldbörse more money? There is less money. Or there are different people different types of money. For example, one of them is mints, for her it is something else. Because I think the graphic of the cashier at the hero, also at Sheridan, is different than at this Jean-Pierre. And I think that's the best of the video. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item nor dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. Thank you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me. What did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. Lives for a life. An expensive bargain. I made a promise. I'll pay the price. I do not judge the deal. I worry about the cost. Your... Egal. The tuning key is on the table. In the void it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McGrath. Is this a Bible? Let me tell you a Bible. No? Doch not. Dear children. Solltest du je dein Schicksal erfüllen und Juiden verlassen wollen, denke daran, dass es im Bauch des Mondes immer Platz für dich geben wird. Bis dahin möge mein bescheidenes Buch dich daran erinnern, dass du viele verborgene Schwestern hast. Madre. Aha. Zwischen den Runen befinden sich hingekritzelte Notizen. Auf der linken Seite findet ihr das Haus des Hades. Der Unsichtbare, der Totengott vor. So wie eine Quelle... Äh, bla 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 bla. Nein, das ist mir zu viel, äh, Philosophie. Banishing of course is famously safe. Ein bisschen berauben. Okay, hier komme ich nicht durch. Wo ist denn der Tisch, wo dieser Schlüssel liegen soll? Ah ja, hier ist er. Der Stimmschlüssel. Gut. Dann bleibt uns ja eigentlich noch übrig, mit Seeker zu reden. Und ja, unsere Reise, äh, fertig zu stellen. Jo, das war's mit dem sechsten Teil von Banishers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, abonniert mich und wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Bis dann. Bis dann.